Willkommen Reisende. Wir befinden uns wieder auf der Welt von Elder Scrolls Online. Als erstes wieder eine Tür. Als erstes werden wir noch mal zu diesen Drachen, Alien, was auch immer gehen. Natürlich wieder im Arsch der Welt, weil er nicht anders hinkommt. Jetzt steht so ein Alte hier im Weg. Also die Grafikaufmachung ist sehr gut, auch für das Alter von dem Spiel. Gut wäre gewesen, wenn sie in einer Anfangsquest oder so ein Reittier einem geben würden. Von mir aus kann es ja langsamer sein, wie das auf Endstufe. Oder man landet direkt in der Endstufe, wenn man sich das Spiel kauft. Guckt sich eine Stunde, zwei um und hört dann gelangweilt auf. Aber wenigstens mit einem Reittier. So ist es unnötig in die Länge gezogen. Nur damit es ewig lange dauert bis zur Endstufe. Wo man sich dann langweilt. Nachdem man einmal alles gesehen hat. Weil stundenlang von A nach B zu Fuß laufen ist doch für den Arsch. Das Spiel mag ja schön und gut sein. Und vielleicht auch. Wird es auch besser in der Endstufe. Aber. So ist es einfach nur. Lauf von A nach B. Lauf von A nach B. Lauf von A nach B. B. Lauf von A nach B. Die Steuerung haben sie gut gemacht. Mal hin. Oh Gott, ist das viel weit weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. nicht echt außen rumlaufen als nächstes werden wir erstmal das spiel ruhig gehen ruhig achten abknallen kann dreh dich um die ruhe echt jetzt für mich endet das spiel hier das ist mir einfach laufen 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 sie doch ein bisschen aber nicht mal für geld sich scheiß reitier kaufen oder so ein kack katastrophe danke dennoch fürs zusehen bis zum nächsten mal